So, herzlich willkommen zurück zu Tales of Cillia. Wie man sieht, ist meine heilige Aura noch am Leuchten. Ich habe die Waypoints verteilt, weil ich befürchte, hier hinten kommt ein kleiner, gemeiner Endgegner. Zumindest eine Videosequenz. Wunderschöne! Wunderschöne! Teepo! Hm? Wie warst du hier? Elise! Gercel! Schau! Was? Aber ich kann nicht! Keine Angst. Ich werde dich catchen. Aber... Ihr beste Freund wird von dir wiederholfen. Ist das was du willst? Tippo! Du musst schaubern! Ich weiß, du kannst es machen! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Was ist das? Wie schrecklich ist das? Herr Noctagall! Noctagall! Ich habe es geschafft! Sie haben es verraten den experimenten? Ja, Herr Herr. Aber nicht bevor wir die Daten sammeln. Sehr gut, gut gemacht! Noctagall! Ich werde ein Ende an deine Anwaltungen an. Also, ist das sie? Ja. Also, ist diese Frau wirklich supposed to be the Lord of Spirits? Oh, bitte! Ich werde mich schreien! Ich werde mich schreien! Oh! Ich entfinde! Ich werde mich schreien! Ich werde mich schreien! Kannst du dich aufschreien sich! Ich wusste, dass du mich aufhörst hast, hast du? Ilbert, ist das du? Rowan Ilbert? Wait, was? Der Ilbert aus den Bibliotheken? Ilbert, der Künder? Der Künder? Was ist das Problem, dass der Künder der Künder und der Künder hier sein könnte? Frau Dürsel, ich bin so froh, dass du sicher bist. Ich bin neben mir mit Angst. Du hast zu weit fallen, Ilbert. Aber dein neue Rolle als Servant ist dir. Seine Herr, in diese Weise. Du musst dich nicht mit diesen Kriminalen beschäftigen. Geh zurück! Super. Da war ich ja grad schon wieder etwas schockiert. Ich mein, Biele hatte keine Chance gegen den Typen. Eiskalt wurde sie da sogar fast umgenietet, wenn Ilbert, oder irgendwie viel cooler klingt als Rowan, nicht gekommen wäre und eingesetzt hätte. Und jetzt rennt sie den Typen trotzdem hinterher. Ja. Ich mag das nicht. Die Technologien der Manaboßtungen wie diese könnte eine wirkliche Herausforderung in unseren Jules'häden. Was hast du so Angst? Wir haben nur unseren Militärer mit der gleichen Technologien. Na gut, vielleicht nicht so einfach. Ich bin nicht interessiert. Bring die Daten zurück in Fenmont. Ich bin nicht so einfach. Und du willst es auf dem Lanz des Kresniks? Ja, und ohne Verzweckung. Stop da! Woh? Also, wenn es nicht der verrückten Maxwell war... Sag mir, warum benutzt du Spyrex? Warum verabschiedst du dein eigenes Menschen, um die Macht zu bekommen, die du nicht brauchst? Ein König sollte seine Menschen schützen! Wie ein Charlatan, wie du, könnte es verstehen. Es ist meine Schuld, um diese Welt zu regeln. Es ist meine Bestandie. Aber um diese Schuld, um meine Lande, um meine Menschen. Die Macht ist eine Necessität. Ich muss sie beide schützen. Alle König haben die Macht von ihren Menschen. Es ist ein kleines Wachstum. Und ein Wachstum. Ein Wachstum. Gute Sprache, aber es hat einen Fehler. Wirklich? Dann erzählst du! Wenn du musst auf eine Trägerung, wie diese... Und wenn du wirklich brauchst, wie Spyrex, um dieses Wachstum zu erreichen, dann kannst du nichts erreichen. Dann in der Ende, du wirst du nichts erreichen! Nicht diese falsche, verabschiede Mission! Und nicht dein bestem Wachstum! Nichts überhaupt! Haha! Du kannst du alles, was du willst. Es verändert nichts. Du hast mich noch nicht verabschiedet. Du hast mich noch nicht verabschiedet. Es sieht aus, dass es mehr Fehler gab, als ich dachte. Was? Was? Das ist unmöglich! Was? Huh? Und zwar das ist das Kraft von Will-Unterfeimensionen? Ja noch nicht abhut, ob ich mich noch nicht, oder? Seu König! Sie haben gar keine Wachstum. Sie sprechen sogar über die Hand! Sie hat sie niemals geholfen. Meila! Seine Königin! Meila! Keine Weise! Du kannst nicht sein! Meila! Sie sind gut? Was ist falsch? Sie ist... Elise! Du musst sie schützen! schnell! Sie sieht nicht so gut! Sie ist alles kaputt! Komm schon, Meila! Öffne deine Augen! Warum? Warum muss das passieren? Ich wünsche mir das zu sagen. Es sind sie! Die Eschämteren! Es sind sie! Es ist Zeit. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Wir gehen zurück zur Sherylton! Stopp' dem! Aktivieren! Warum sie da jetzt durchgesprungen ist und explodiert ist? Also wegen dem Fuß halt wahrscheinlich. Aber warum sie das tat? Keine Ahnung. Wo bin ich? Nein! Du bist wunderschön! Du bist in meinem Manor. Erinnerst du was passiert? Ja. Ich habe Noctigal. Und dann... Danke schön! Bleib im Bett. Ich werde den Doktor. Doktor? Was Doktor? Das ist genug Tests für heute, Frau Frau. Sie ist stabil und alert. Ich denke, sie wird gut für heute. Was ist mit Jude und den anderen? Sie sind gut? Miss Elise ist nach unten. Jude ging in die Stadt, um nach Alvin zu suchen. Du musst dich verraten, Mila. Ja. Du musst essen, was du kannst. Du musst wiederholen deine Kraft. Ich versuche etwas hartes. Wir gehen nach unten. Was ist falsch? Ich kann nicht mehr auf den Boden. Wie lange dauert, seit ich ihn weggezogen habe? Ich kann nicht mehr hier bleiben. Mila! Deine Leger. Ja. Keine Worte, keine Angst, keine... ... was. Jude, wo ist meine Worte? Keine Worte. Keine Worte. Du musst dich schrauben. Ich habe lange genug gehalten. Ich muss nach Fenmont gehen. Du bist noch nicht über deine Mission? Das ist alles vorbei. Du verstehst du das? Was gibt dir das Recht, diese Entscheidung zu machen? Die Entscheidung? Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Du hast keine Worte. Du kannst nicht sogar gehen. Du kannst nicht sogar gehen. Deine Worte. Du musst akzeptieren die Realität. Jude. Du erinnerst die Menschen von Hamil? Huh? Sie wurden in eine Situation, die sie nicht wählen. Und sie haben keine Worte, um gegen sie zu kämpfen. Ja. Vielleicht werden die Dinge anders aussehen, wenn sie stärker waren. Also, was ist die Kraft? Was ist die Kraft? Was ist das, was du anstiegst, um gegen die Attacken zu schrauben? Was ist das, was du anstiegst, um die vier großen Spiriten zu kontrollieren? Was ist das, was du anstiegst, um auf deine zwei Legen zu gehen? Das ist keine Worte. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft. Du kannst nicht aufzuhören, oder? Ich kann nicht aufzuhören. Meine Missione nicht zu mir. Ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Auch wenn dein Körper nicht mehr so weit weggezogen? Das ist die ich. Ich kann nicht über��니다 von den Poden mehrmals einなんisch. Das ist die Bistur von Gott, wie auch von Herrn? Ja. Oh, guten Morgen. Ist etwas auf deinem Kopf? Es ist nur, dass ein langes Mal vorhin, mein Vater hat einen Patienten, der verletzt hat seine Läge verloren. Ja, wirklich. Also dachte ich, dass wir unsere Hausaufgabe haben, Leronde. Was hat sich verändert? Du warst so bereit, mich zu zurückzuholen. Ich war... Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht sicher, was hat sich verändert. Wenn du so sagst. Ich weiß nur, dass nichts, was ich tun kann, um dich zu retten. Ich kann dich helfen. Auch wenn du nicht gehen kannst, du einfach rauskriegst und wirst du in die Probleme. Du wirklich bist. Ein Schwerger? Ja, ja. Danke. Ich bin in deinen Handeln. Genau. Wir können Leronde nach Leronde nach dem Boot. Also gehen wir nach Sapstrath, Seahhaven. Dracel, du hast meine Gratitude. Und du hast meine Hoffnung für eine vollen Rehabilitation. Bitte, take the utmost caution on your journey. Ich bin wirklich sorry, dass wir nicht mit dir unterstützen können. Ich bin wirklich mit dir. Nein, ich bin wirklich mit dir. Du hast viel, was hier zu halten. Dracel, der Leben wird sehr beschäftigt. Sie braucht deine Behandlung. Ja. Du bist wirklich weg? Ja. Du hast dich, okay? Du musst dich nicht mehr so beschäftigen, um dich zu sein. Dracel und Rowan werden dich verhalten. Ich weiß, aber trotzdem... Wir müssen weitergehen. Jeder, du bist eine große Hilfe. Ich bin in deinem Leben. Es ist Zeit für die Straße. Vielen Dank, all of you. Super-Pals, nicht verletzen. Wir bleiben zusammen für immer. Ich hoffe, wir werden sie bald sehen. So, wir sind wirklich weitergehen. So be it. Super. Ähm, wir sind nun Jude. Und wir werden nun auch als Jude kämpfen. Ähm. Gebündete, die kann ich um ein selbst und nahe verbündete, wie er herstellt. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier alles drauf machen soll. Ich weiß, dass ich heiler nach oben legen werde. Wasserschwunke nach links. Und aufsteigen, da unten nach rechts. Machen wir mal manuell. Ähm, Jude's Heimatstadt. Das gucken wir uns mal noch an. Ich bin froh, was ihr Haus ist, wie ihr Haus ist. Es ist nur eine normale kleine Boondocks-Town. Es war eine gewisse Mining-Kolonie, aber es war eine gewisse Mining-Kolonie. Seitdem du bist, musst du Kinder haben. Sie sind sehr wie dich? Ich weiß nicht. Du bist nicht so, dass sie sehen? Hm. Meine Eltern, die Arbeit zu machen, müssen wir uns immer zusammenhängen. Ich habe gehört, um Kinder-Kolonie-Kolonie. Gut, gut. Ich weiß, das war jetzt ein sehr videolastiger Part. Trotzdem beende ich den mal an dieser Stelle und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part von Tales of City wieder. Bis dahin!